Oh hey meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum Python Discord Bock programmieren, heute Bock programmieren, genau, ja wir haben Bock Python zu programmieren und zwar was wir machen wollen ist heute mit den Dateien arbeiten, also ihr könnt selbstverständlich mit Dateien arbeiten, so wie ihr es immer tut und ich möchte euch hier zeigen, wie ihr mit Konfigurationsdateien erstmal arbeitet, das heißt Dateien einlest und wie ihr aus so einer Loop, ich fuchte hier wie wild rum, dabei seht ihr mich gar nicht, das ist total bescheuert, aber egal, wie ihr aus einer Loop, also sowas wie diesem Change Status hier, was wir hier oben hinzugefügt haben, als eine Loop, die wir die ganze Zeit ausführen, welche Informationen bekommt über zum Beispiel Member und die dann eben speichert, also zwei Sachen eigentlich, die wir machen wollen, als erstes generieren wir eine neue Datei, die nennen wir mal config.json und diese config, die binden wir jetzt hier ein. So, das heißt, was genau machen wir? Nun, wir müssen erstmal was Neues importieren, wir importieren json und json ist dazu da, damit wir eine json-Datei richtig lesen können, das ist jetzt nicht wirklich unerwartet, ich weiß, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, wie json aussieht und ja, ich habe dazu ein Video in meiner Python Playlist gemacht, das heißt, bitte dort einfach mal vorbeigucken, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. So, json ist erstmal eine Datei, die ungefähr so aussieht, das heißt, wir haben geschweifte Klammern, das ist quasi wie ein Python Object oder ein Dictionary sozusagen, nur dass wir in dieses Dictionary noch weitere Keys reinpacken können, das heißt, sowas wie zum Beispiel, was haben wir denn hier als Config, lass mich mal kurz hier irgendwas gucken, Command-Prefix, können wir hier einfach reinschreiben, also Command-Prefix und unser Command-Prefix soll bitte folgendes sein, in unserem Fall könnte das einfach ein Dollar sein. So, als nächstes, was können wir hier noch haben? Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Ich weiß, dass wir bei den Embeds mit Farben gearbeitet haben, wir können hier nämlich so ein kleines Mini-Embed machen, ich mache das mal kurz. So, ich habe hier mal ganz kurz ein, statt dem Ping einfach das hier eingefügt und zwar, wir könnten eigentlich hier auch statt dem Akku bei, wisst ihr was, wir lassen das so, statt dem Ping könnten wir auch einfach hier das hier machen und zwar, das würde uns sozusagen das Bild von einem Member zeigen, dann sehen wir auch gleich, ob wir die Rechte dazu haben. Okay, also was können wir jetzt hier machen? Naja, wir können diese Farbe doch einfach, weil wir das ja immer mal wieder brauchen oder zum Beispiel auch die Avatar-URL, solche Sachen lagert man normalerweise in Konfiguration aus. In dem Fall ist es die Member-Avatar-URL, nicht eine URL zu unserem eigenen Avatar, aber wenn wir sowas hätten, würden wir das auch auslagern in eine Konfig-Datei. Und in dem Fall haben wir hier zum Beispiel Colors, Doppelpunkt, also Farben auf Englisch und würden hier dann uns diese Farbe, diese Frontend-Farbe oder die Embed Color hier zwischenspeichern. Und zwar zwischenspeichern als, naja, was könnte man hier machen? 0x000000. Problem ist, das wird nicht funktionieren hier, weil in unserem JSON werden solche Zahlen in Hexadezimalen nicht erlaubt. Also müssen wir das Ganze als String machen und das Ganze umkonvertieren. Zeige ich euch sofort, wie das geht. Dann haben wir das hier auch mal gemacht. Wir machen wieder das FF. Ne, was hatten wir hier? Ich glaube AA und CC oder sowas. Irgendwie sowas hatten wir. Das war eigentlich eine ganz schöne Farbe. Und jetzt, wie greifen wir darauf zu? Nun, als erstes Mal müssen wir diese Datei einlesen. Okay? Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie das Ganze so verarbeiten, damit wir hier am Ende wirklich Wert daraus bekommen. Und eigentlich ist das super, super einfach und kann recht schnell gemacht werden. Und man schreibt sich meist dafür trotzdem eine eigene Funktion und zwar getConfig. So, was für eine Config wollen wir denn auslesen? Naja, wir wollen eine Config auslesen bzw. den Namen einer Config auslesen. Und wir öffnen uns diese Datei. Das heißt, withopen, ja, mach das mal bitte weg, withopenconfig.json und zwar nur zum Lesen mit dem Namen F, also einfach Datei, sagen wir jsonfile ist gleich json. Das ist Modul, was wir hier oben schon importiert haben. Achtet darauf, wenn ihr das nicht drin habt, dann funktioniert das nicht. Punkt load und hier dann F reingepackt. So, und was genau machen wir jetzt hier? Naja, wir schließen die Datei wieder und, äh, Quatsch, wir schließen die Datei, doch, wir schließen die Datei wieder. Return jsonfile von, Achtung, jetzt behandeln wir das Ding, als wäre das schon geladen, ja. Und das erste von ist quasi, wir haben hier von Command Prefix und von Colors können wir hier auch zugreifen. Das heißt, wir sagen in dem Fall einfach von, naja, Name. Wir wissen ja nicht, was der Name ist. Ähm, und je nachdem, was hier eben reingesteckt wird, wird das hier zurückgegeben. So, achtet darauf, ich lasse das jetzt erstmal so hier drin, dann machen wir erst was Einfacheres und wir holen uns jetzt hier aus dieser Konfiguration den Namen von, den Namen von, wo haben wir es, das Prefix hätte ich ganz gerne. Hier, das Prefix. Ähm, das ist auch in der Konfiguration, das heißt, wir können hier einfach sagen, ähm, ja, ich sollte das vorne dran definieren. So. Ähm, getConfig von Command Prefix. Und wisst ihr, was der Vorteil jetzt hiervon ist? Wir müssen den Code nie wieder anfassen, also zumindest, wenn sich nichts Bösartiges ändert, wir müssen es nie wieder anfassen. Wir können aber trotzdem hier in der Konfig einfach unser Command Prefix so kontrollieren, dass wir es einfach ändern können und schon Bot einmal neu starten und schon läuft das Ding wieder. So, wenn wir das jetzt hier haben, dann sehen wir, aha, es hat sich quasi nichts geändert, ich kann weiterhin darauf zugreifen. Und das heißt, ich kann hier einfach mein Ping reinschreiben, beziehungsweise mein, weil das ja nicht funktioniert, da ist ja kein Command Prefix davor, mein Dollar Ping schreiben und dann sehen wir hier, badam, ich kriege mein Profilbild wieder zurück. Das Profilbild haben wir geändert, damit wir ein Embed haben, wo wir eine Farbe dabei haben und die Standardfarbe ist eben hier, beziehungsweise unsere Farbe war hier schwarz, ähm, weil wir, ich zeige es euch nochmal, weil wir hier 0, 0, 0, 0 gemacht haben als Farbe. Aber ja, es funktioniert soweit, also das heißt, wir können hier tatsächlich mit Dollar Ping das Ganze jetzt kontrollieren. Wenn ich einen anderen Prefix haben möchte, kann ich das super schnell eigentlich ändern. Ich kann hier zum Beispiel meinen Punkt reinstecken und dann kann ich hier sagen, okay, starten wir den Bot doch mal neu. Und ich habe in meinem Code an sich nichts geändert, ich habe nur die Konfiguration hier verändert, ja, das ist ja der Vorteil davon. Und wenn ich jetzt hier Dollar Ping reinschreibe, dann wird nichts passieren, dann wird nämlich kein Befehl ausgeführt, weil mein Command-Prefix ist jetzt ein Punkt. Das heißt, ich muss Punkt Ping schreiben und der funktioniert jetzt. Wunderbar. So, ähm, wie kann ich weitermachen? Nun, ich will jetzt auch die Farbe hier reinbringen und wie gesagt, die Farbe muss eigentlich hier als Integer stehen. Ich müsste hier eigentlich 0 reinschreiben, beziehungsweise dieses A, A, 0, 0, C, C. Aber in JSON darf ich das nicht. In JSON kann man nur das Ganze als String reinmachen, wenn man so hexadezimales Zeugs hat, wie hier. So, das heißt, wir müssen das erstmal umverändern in unserer, in unserer Ping-Funktion. Und das geht eigentlich super einfach. Das heißt, wir können hier sagen, wir holen uns als erstes mal die Config und zwar mit welchem Namen? Naja, mit dem Namen Colors. So, in diesem Fall wird aus Colors allerdings dieses andere Dictionary-Objekt zurückgegeben und ich habe nochmal eine Auswahlmöglichkeit. Warum habe ich das? Nun, im Endeffekt könnte es gut sein, dass ich hier zum Beispiel noch für irgendwas anderes eine Farbe definiere und dann vielleicht für noch was eine Farbe definiere und so weiter und so fort. Ich kann hier drin so viele Farben definieren, wie ich möchte. Ich habe aber meine Embed Color hier drin definiert und hier bin ich eigentlich nur an der Embed Color interessiert. Ich kann hier darauf zugreifen, wie auf eine, wie auf ein Dictionary oder eine Liste im Endeffekt und kann hier Embed Color angeben. So, Problem ist jetzt folgendes. Wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir hier, beziehungsweise jetzt sehen wir noch gar nichts. Ich muss erst den Ping machen. Wie Bob, genau. Und wo ist Discord? Punkt Ping. Das, äh, Punkt, hallo? Punkt Ping. Jetzt. Jetzt sehen wir, oh oh, das ist abgestürzt, weil, naja, man muss entweder ein Discord Color, Int oder Embed.mt angeben für die Farbe hier. Und das heißt, ich muss das Ding erstmal in eine Zahl umwandeln. Das heißt, ein Int drumrum. So, ähm, und ja, wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir gleich noch was. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ich mache das ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, damit ihr das auch wirklich verstanden habt, was hier passiert. Wenn wir das jetzt starten, kriegen wir wieder einen Fehler. Denn, invalid literal for Int with Base 10. Hm. Was ist passiert? Also, wir versuchen einen String umzuwandeln, ja, eine Zeichenkette versuchen wir umzuwandeln. Da kann im Endeffekt alles drin vorkommen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E. Kennt ihr das Alphabet, ja? Und wir sagen jetzt, wandelt das doch mal bitte in eine Zahl um. Jetzt müssen wir natürlich angeben, in was für eine Zahl? Welche, welche Basis? Und normalerweise sagen wir, wir haben Zahlen von 0 bis 9 und dann von 10 bis 99. Das heißt, wir haben die Ziffern 0 bis 9 zur Verfügung. Okay. Aber hier haben wir A, 0 und C verwendet. Und A und C sind definitiv nicht normales Dezimal, äh, Alphabet sozusagen. Wir brauchen hier also eigentlich Hexadezimal. Und das müssen wir angeben. Das heißt, wir sagen hier einfach, ey, konvertier das bitte nicht in normales Dezimal, sondern das ist Hexadezimal, was du da einlesen sollst. Und das wäre dann diese 16 hier. So, wunderbar. Und damit, damit, wunderbar, da ist es, damit können wir das Ganze jetzt starten endlich mal. Und wir bekommen dieses wunderschöne, leicht lilane Teilchen vorne dran zurück. Und so habt ihr die Möglichkeit, wirklich alles in eure Konfigurationsdatei auszulagern. So, jetzt ist natürlich aber trotzdem für uns noch was interessant. Und zwar, wie kann ich eigentlich Sachen speichern? Wie kann ich meine eigenen Dateien schreiben? Und das macht man normalerweise ja hier unter dem, unter solchen Loops zum Beispiel. Also, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig gucken wollt, wer ist online um 18 Uhr? Wie viele Leute sind um wie viel Uhr online? Statistiken, Data Science sammeln und sowas, ja? Das könnt ihr wunderbar machen. Ähm, wir können ganz einfach auch hierher gehen und in unserer Ping-Funktion, das ist jetzt die einzige Funktion, die ich habe, können wir eine weitere Nachricht hier reinschreiben, ja, beziehungsweise eine weitere Funktion hier reinpacken und können einfach schreiben, dev, ähm, dev, write, ähm, member oder write ping, write ping oder sowas. Wir machen jetzt hier was nur sehr, sehr einfaches, aber grundsätzlich könnt ihr hier alles mit euren Dateien machen, wenn ihr das wollt. Write ping und, ähm, als, als Parameter geben wir den Autor mit. Ähm, und wir öffnen hier eine Datei with open ping.json im Schreibmodus als Datei json.dump und hier sagen wir, wir wollen, was genau wollen wir dumpen? Naja, erstmal, ähm, ja, was wollen wir dumpen? Das ist eine gute Frage. Wir können hier einfach ein Objekt erstellen, wo drin steht und wir wollen das dann am Ende in die Datei f dumpen, ähm, wo drin steht, Autor, Doppelpunkt, Autor, das wäre ja das, und Time, Doppelpunkt, UTC, äh, Quatsch, Date, Time, Punkt, Date, Time, Punkt, äh, UTC now. So, äh, selbstverständlich könnt ihr hier auch erstmal euer json reinladen, also von extern quasi, die Datei gibt es ja dann wahrscheinlich, schon könnt ihr erstmal laden, öffnen und dann updaten und dann wieder schreiben, ja, das geht selbstverständlich auch. In dem Fall wird einfach jedes Mal immer nur der letzte Ping quasi reingeschrieben, das ist schon machbar, aber, ja, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. So, ähm, und wir schreiben jetzt unseren WritePing von ctx.wobei, Member haben wir sogar schon, ne? Okay, dann machen wir das so und dann starten wir das Ganze und wir starten und wir laden, genau, Punkt, Ping. So. Und wir bekommen natürlich einen Fehler, ähm, weil unser Member nicht json-serializable ist und das ist was, was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, denn die Dinge hier, die sind normalerweise nicht, äh, irgendwie nur Strings oder sowas, sondern in unserem Fall ist der Member vom Typ discord.ext.commands.context.context, ähm, und, ja, ist, ist einige, ah, hier, genau, discord.user, beziehungsweise .member, ähm, und wir wollen hier eigentlich nur den Namen des Users reinschreiben, wie gesagt, das haben wir ja schon kennengelernt, es gibt hier mehrere Informationen, die ihr hier rauslesen könnt, ähm, und in unserem Fall reicht uns, glaube ich, der Name. So, machen wir nochmal den Ping hier kurz rein und, oh ja, ähm, natürlich, utcnow ist auch eigentlich kein String, sondern ein Objekt, sorry, das habe ich komplett vergessen, hier fertig zu schreiben, und zwar strftime würde euch die Zeit formatieren und hier könnt ihr das Ganze so angeben, wie ihr die Zeit eben formatiert haben wollt, ähm, in unserem Fall macht das wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn wir, was sollen wir denn machen, ähm, den Tag, dann vielleicht, äh, den, den Monat, ähm, Monat ausgeschrieben von mir aus, dann das Jahr, dann könnten wir die Stunden nehmen, dann die Minuten und dann die Sekunden, so, sollte das ungefähr funktionieren, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt, die Dinger habe ich nämlich gerade aus dem Kopf abgetippt, ich glaube, das sollte so stimmen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, so, ähm, probieren wir nochmal, Punkt Ping und, tada, das ist fertig gelaufen und nebenbei hat jetzt für euch Discord hier diese Ping.json angelegt, mit Autor Morpheus Time, 28. Juli, 2021 um 11.15.19 Sekunden, was nicht stimmt, wie gesagt, UTC ist eine andere Zeitzone bei mir, aber, ähm, ja, das ist zumindest mal, äh, wie ihr Sachen auch speichern könnt, also quasi, wie ihr Sachen laden könnt, das haben wir hier gemacht, das wäre der erste Teil, mit dem GetConfig Part hier oben und mit JSON laden und so weiter und was schreiben könnt ihr selbstverständlich auch in JSON, ja, das könnt ihr genauso machen, wie immer und, äh, das als sozusagen kleine Datenbank verwenden, das würde ich euch zumindest hier erstmal empfehlen, wie gesagt, ihr könnt auch SQLite Datenbanken benutzen oder, 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 das ist nur ein kleines Konzept für euch, falls ihr irgendwie mal was zwischenspeichern müsst und, ja, das war's von meiner Seite, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich, äh, erstmal fertig sind mit unserer Discord-Bot-Programmieren-Reihe wieder einmal, also ich mache ja hier immer mal wieder meine Reihen weiter, das merkt ihr ja momentan, hoffentlich zumindest, ähm, ansonsten guckt in die Abo-Box rein, da sollte das auch drin sein und, falls ihr noch Wünsche habt, falls bei euch noch irgendwas fehlt, dann bitte, um Gottes Willen, schreibt mir, beziehungsweise, noch geiler ist natürlich, wenn ihr das so macht, wie Infinity, das habe ich ja schon gesagt, dass er mir hier wahnsinnig geholfen hat, ihr könnt mir gerne einfach eine Liste erstellen und euch vielleicht auch im Discord oder sowas absprechen, was euch noch fehlt zu einer Reihe und mir dann einfach die Themen senden, am besten gleich mit Beispielen, dann weiß ich, was ihr genau meint oder einfach gut ausformuliert, was genau ihr da meint. Schreibt mir, wie gesagt, wirklich gerne, ich bin auf euer Feedback angewiesen und noch geiler ist es, wenn ihr euch darüber unterhaltet. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, ich freue mich drauf, bis dann, ciao!